Seit 25 Jahren trainieren Sie dieses Team, stehen kurz für Ihre 12. Meisterschaft in Folge, 150 Siege. Wie machen Sie das? Tja, viele Spiele zu gewinnen ist nicht schwer. Den Jungs zu zeigen, dass es noch mehr gibt, das ist schwer. Kommen Sie, Bob. Sie haben dieses Team zu einer Siegesmaschine gemacht. Was glauben Sie, wie lange können Sie die Serie aufrechterhalten? Die Serie war nie unser Ziel. Ladies und Gentlemen, Sie sind hier, um Ihre 12. Meisterschaft in Folge zu spielen. Die Daylighter aus Sparks. Das Sparks end!